ja hallo leute herzlich willkommen heute geht es um ein also um ein giveaway da ich 290 abonnenten habe wollte ich einfach mal danke sagen auf dem weg und ja es gibt was zu gewinnen wie fast bei jedem giveaway gibt es auch eine kleine aufgabe und zwar macht mir eine video antwort über euer edc beziehungsweise macht einen pocket dump und zeigt mir was er so dabei habt taschenmesser lampen whatever max position ist im endeffekt völlig egal was was er halt so als edc immer dabei habt es kann auch wie gesagt messer schlüsselbund das übliche weil man kann ich sag so pocket dumps nie genug haben guckt man sich mal gerne an ja zu gewinnen gibt es natürlich was also fangen wir mal an mit diesem hier der eine oder andere wird sich jetzt fragen was das ist das ist eine chromoxid grün moosgummimatte die habe ich heute fertig gebaut das halte einfach hier so eine holzlatte und da ist halt eine moosgummimatte drauf die habe ich drauf geklebt und mehr oder minder zurecht geschnitten dann halt chromoxid grün das ist dieses grüne zeug das ist eigentlich eine ölfarbe wird aber ja die habe ich da die habe ich da eingearbeitet und damit kann man dann halt wunderbar nach messer schärfen noch mal die messer abziehen und das gibt noch mal eine extra portion schärfe also das funzt wirklich so hier noch so ein kleiner paracot drin habe ich angemacht der nächste preis es ist ein modifiziertes opinel messer ich habe selbst modifiziert es ist ein also eine rostfreie klinge also kein carbon stahl und da habe ich so eine art ja stonewash look drauf gemacht auf die klinge und den griff den habe ich ein bisschen abgeändert ja also im vergleich zum normalen opinel sieht das doch ein bisschen anders aus ja das wird es auch als preis geben hier noch so eine self made ledertasche nichts besonderes relativ einfach gehalten kann man auch als könnte man auch als dann als neck knife tragen so noch ein preis das ist so ein taschenwärmer taschenofen bis jetzt der ist einmal nur angemacht wurden um zu gucken wie er funktioniert und ja das war es also der ist so geht es hier so ein bisschen ruß mich vielleicht noch ein bisschen sauber also der ist so gesehen noch neu ja das sind die drei preise fürs giveaway und ich würde mich sehr freuen wenn ihr mitmacht wie gesagt macht eine video antwort zeigt edc pocket dump schräg schräg und ja verlosung die mache ich dann in paar wochen werde ich dann noch mal durchgeben wie und was und ja ich hoffe ihr seid dabei okay ich bedanke mich fürs zusehen macht mit und tschüss